Das 22. Bild Francisco Solano López Mariscal Francisco Solano López 1827 bis 1870, der spätere Nationalheld, wurde wegen seines Ehrgeizes und seiner Leidenschaft zu der tragischsten Gestalt der ganzen paraguayischen Geschichte. Bis heute wird sein Tun sehr kontrovers betrachtet. Tatsache aber ist, dass er seine weitsichtigen Ambitionen mit Ehrgeiz und Nachdruck für das Wohl des Landes realisieren wollte. Die unglückliche politische Situation manövrierte in später konsequenter Weise in den Krieg mit drei seinen Nachbarsländern, Brasilien, Argentinien und schließlich Uruguay, wegen der er noch vor dem deutigen Putsch, als ihr Vertragsverbündete eigentlich den Krieg begann und das alles inklusive seines Lebens verlor und sein Land ins Verderben führte. Doch wir sind noch nicht so weit. Meine emotionale Musik stellt diesen leidenschaftlichen Mann als Mensch vor und lässt nur eine traurige Vorahnung spüren. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020